Lück jetzt, so, Kevin hoch. Der rutscht schon wieder ab, Mann. Ey, ich... Oh, fuck. Ey, ich hab's schon wie ein Lachdamm schwitzen. Kevin, Mann. Jetzt seht's zu. Alter, das wird eine halbe Stunde Folge oder so, Mann. Und hallo und herzlich willkommen zu Dead Space 3. Mit dabei ist der Closer-Domber. Ja, moin moin. Meine Herren, Alter, was war das für ein Monster in der letzten Folge? Haben wir das eigentlich besiegt? Ich denke eher weniger. Ich sag mal, wir sehen uns, glaube ich, wieder. Und weißt du, was mir auch aufgefallen ist in der letzten Folge? Schau mal, wir haben hier so ein Kopfbedeckung, also so ein Kopfbedeckung, so ein Helm. Und die können hier einfach ohne Helm rumspazieren. Ja, ne? Ja, ist schon ein bisschen komisch, ne? Okay, nicht langschnacken, Kopf im Nacken. Das sind die Frauenjacken. Die sind extra so. Irgendwas müssen wir hier machen. Berg klettern. Nein. Ja. Oh, Felsen fangen runter. Wir lösen eine Lawine aus, wenn wir alle versuchen, hochzuklettern. Was machen wir jetzt? Ich klettere zuerst und ziehe mich um. Vielleicht gibt's einen sicheren Weg. Geh mal ein bisschen nach rechts. Yo, 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 yo. Das war's, Fee. Alles gut bei dir? Ja, ich muss gerade nur von rechts nach rechts. Äh, von rechts nach links. Bin gleich oben. Ach, sag niemals nie. Und gleich macht's. Wow, warum kommen wir da nicht hoch? E drücken. So, bin oben. Ah, jetzt muss man weiter hoch. Okay, dann gehen wir noch weiter. Halten. Du musst mal auf der anderen Seite hoch. Ach ja, ja, ich hab's vorher nicht gesehen gehabt. Und weiter geht's. Bergsteigen bei Dead Space. Ja. Alles cool gemacht. Ganz ehrlich. Jo. Pass auf, Kev. Rechts kommt Stein. Wow. Der ist nach mir hingekommen. Jo. Du kannst, äh, die Spell, nicht die Schiff, äh, die Schiff-Taste kannst du drücken und dann kannst nach rechts an links spielen. Ah. Oh, nein, 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 nein. Oh, so knapp. Alles cool? Ja. Ja. Ich komme nicht mehr nach rechts. Komm. Komm. Komm, schlauen. Wir sind ablassen. Äh, wo kommt. Soll doch nicht alle Tassen auf einmal drücken? Nein, das solltest du eigentlich nicht. So. Okay, da ist nichts, wir müssen hier lang. Ali, komm schon. Norton hat mich mit deiner Waffe bedroht. Es tut mir leid. Was, das etwa besser? Du hast nie an mich geglaubt. Oder an diese Mission. Oder an uns. Ich musste mir jemand anderes suchen, der mir hilft. Und jetzt ist derjenige tot. Du hast es sabotiert. Genau wie alles andere auch. Ja, die haben dich mit vorgehaltener Waffe hergebracht. Ansonsten wärst du nicht hier. Ich bin nicht hier, weil mir jemand eine Knarre an die Schläfe gehalten hat. Norton ist tot, weil jemand ist bei ihm genauso. Willst du hinter mir? Ja, ich habe mir erst mal angehört. Oh. Ja, die Frauen, die denken immer an das Falsche, ne? Dann bin ich so Frauenfreundlich. Okay. Geh die Treppe hoch, mein Freund. Warte. Ich bin oben. Mir gefällt das nicht. Ja, der sieht mir auch aus, als würden hier Leute. Ey, da haut irgendjemand sowas gegen, Alter. Pass auf. Wo? Da. Lass ihn doch. Nein, der kommt. Wow. Hinter uns. Ah, nach, lang, komm. Komm, komm. Wow, danke, Kneipp. Gute. Hinter dir. Ah, komm. Ja. Wow. Ich habe nämlich kaum Energie. Lass dich doch auch. Ich habe doch gesagt, wir sind bei der Bankenmacht hier. Ja, ich habe dafür keine. Einen nur für einen hatte ich da. Bleib doch liegen, Mann, Mann, Mann. Ja, dann hoff, dass hier Medi-Packs bei sind, Mann. Oh, ja. Hast du welche? Ich bin schon bei Orange. Hast du Medi-Packs gefunden? Nee, nicht so. Ich habe nur vier, äh, drei Balken. Drück mal Q. Du kannst echt nicht? Oder warte mal, ich gucke, ob ich dir was geben kann. Nee, ich kann echt nicht. Na, nein. Ach, guck mal, was da auf dem Boden liegt, ja. Nee, ich glaube nicht, dass du mir was geben kannst. Geben, doch, doch, ich kann dir was geben. Okay. Hier, ich gebe dir ein großes. Was, du, Gänze? Hast du? Ja, 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 geh auf da, drück mal Tab. Ja. Oh, sag mal. So, ja. Dann müsstest du eigentlich was, äh, Medi-Packs haben. Ähm. Oder drück einfach Q. Nö, ist nicht. Hey, ich habe es dir doch gegeben. Nö. Okay, komm, lass uns nicht weiter aufhalten hier. Okay, wo müssen wir lang? Hier. Hast du nachgeladen? Ja. Oh, Speicherbomb. Hey, ich habe hier einen Frachtkäfig gefunden, aber er hat sich im Felsen verkeilt. Ich versuche, ihn loszulösen und nach unten zu schicken. Ali, hörst du mich? Wir sehen ihn. Komm, hier, Ali. Oh, shit. Oh, shit. Ist da unten irgendwas? Ich sehe nichts. Aber wir müssen hier lang. Wo müssen wir lang? Hier. Hast du Medi-Packs jetzt gefunden? Nein. Komm, wo kommt es? Andere Seite. Nee, da. Okay. Wow, was cool. Wow, hinter uns auch. Vielleicht liegen. Oh, komm, mach mal. Alter, lass uns nicht versagen, Mann. Kevin, hinter dir. Da war nur ein Medi-Effekt bis jetzt bei. Ja, ja, lad dich auf, Mann. Komm weiter. Willst du ihn irgendwie runterschießen? Okay, ich lad ihn. Na? Ja, ich bin auch dabei. Ja. Hier, Medi-Pack, Mittel. Ja, nimm das direkt. Aber bei mir fühlt sich die Beide, äh, links nicht voll. Da sieht man einfach nicht. Drück mal, drück mal Q. Äh, Tab-Taste. Ja. Und dann, wenn mit den Pfeilen auf Medi-Pack, drück einfach mal E und dann auswählen. Ja. Genau. Munitionsstipp habe ich hier nur. Sonst nichts? Sonst nichts. Vielleicht hast du Glück, sind hier welche? Oh, schon. Munitionshilfe, okay. Ich glaube, wir müssen hier lang. Hier ist drin schon wieder die... Ja. Warte auf Partner. Oh, Vieh. Bleib da. Komm. Kriegst du bei dir irgendwo was? Aber ich komme hier nicht hoch. Komm. Komm. Okay, ich glaube, wir müssen... Du musst rechts rum. Rechts rüber, genau. Ja, da kann... Ich bin auch bei dir. Bist du noch da? Ich bin drüben. Also bei dir oben. Achtung, Stein. Ja, ich sehe es. Auch, ob man zu den Piechern kommt. Ich werde immer quasi mitgezogen. Also, ich bin gleich oben. Ah, Nachladen. Ich denke, da oben sind solche Piechern. Isaac, wir sind okay. Wir haben es verjagt. Gott sei Dank. Hör mal. Wegen Robert. Ich verstehe einfach nicht, warum er versuchen sollte, dich zu töten. Er gab mir die Schuld für den ganzen Schlamassel hier. Er wollte unbedingt heim. Ich wollte unbedingt bleiben. Aber die Mission ist alles, was zählt. Ich dachte, Robert hätte das verstanden. Ich bin für dich da. Und das meine ich ernst. Wo bist du, Kev? Hinter mir? Ja. Okay. Was ist das? Ich hasse dies. Wow! Hinter uns! Wow! Feuert an! Komm nach nah an! Alles safe bei dir? Hast du mir die Packs gefunden? Ja, ich glaube Noch immer bis zur Hälfte Wow! Meine Energie! Nein, ich habe auch noch kaum Energie, Mann! Bei dir ist aber noch gelb, bei mir orange Wir müssen hier vorne rechts ran Nicht so schnell, weil wir können noch diese Viecher rausspielen Oh, hier ist eine Bank Ich bin nicht Robert und dich am gleichen Packs verlieren Danke, Erwin Okay, Kev, wir bauen uns hier noch Milition schnell Äh, Medipacks Ja Oh Mann, Mann, Mann Ich hoffe ich kann auch genug machen So Ich kann keine machen, nein Ich kann keine machen, nein Ja, ich pack den safe, okay? Ich kann nur von den anderen Dingern hier machen Hast du gehört? Ja Ich hab's gehört Ah, ich hab selbst nicht mehr viele Aber hier Aber ich hab hier Muni Ich glaube Munitions Ja, Medipack hab ich Hast du welche im safe? Ja Wie viele? Ich hab kleine und zwei mittlere Okay, gut Oh Mann, Mann, Mann Dann lass weiter Ja Bei mir wird das gar nicht voll Überhaupt nicht Überhaupt nicht Das heißt, die Anzeige irgendwie gespackt Weiß ich nicht Kommst du, Kev? Ja Ah, sonst sterben wir länger immer Dann Vielleicht Bindt es doch ein bisschen rum Ich weiß es aber nicht Hier, wir müssen wieder hochklettern Jo Und Aktivieren Warte auf Partner steht bei mir Ah, jetzt geht's So So Ey, komm hier nicht weiter hoch Oh Oh, ich bin tot Ich wollte dich fangen Ich bin zu deiner Seite rüber Ja, ich musste rüber zu dir Mein Freund Oh, jetzt hab ich sogar Jetzt hab ich orange wieder Das ist klar Äh, wie gesagt Wenn die Steine im Weg kommen Äh, musst du C drücken Geh Anhalten Und dann musst du rüber Zur anderen Seite springen Okay Also lass uns auf einer Seite bleiben zusammen, ja? Jo Auf meiner Da kann ich gar nicht rüber Du musst das klein Doch Nein Ach, komm Ach, komm Du kannst ja wohl rüber Ach, muss ich rüber springen, ne? Ne, Kevin, rüber laufen Klar rüber springen, mein Freund Ich hab's mit rüber laufen versucht Okay So, alle guten Dinger sind drei Wir schaffen es Hoffe ich Oh, Mann, Mann, Mann Und warte, 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 warte Geh du vor Sag Bescheid Ja, ja, spring du rüber Ja, ja, spring du rüber Oh Spring rüber Sag ich nicht Doch, dann geh weiter hoch Bist du drüben? Ja, da ist grad der andere Alter, das kann doch nie wahr sein, Mann Ach, ne, komm Das kann doch nicht wahr sein Das kann doch nicht wahr sein Du gehst vor Ja, dann hätte ich, glaube ich, auf der rechten Seite bleiben müssen Ja, komm noch direkt Ziele und drücke zäh, um bewegliche Objekte zu verlangsamen Jetzt komm rüber Komm Was schafft er noch nicht? Ich bin drüben gewesen Ich hab's nicht geschafft Bin ich vielleicht zu weit nach oben gegangen, oder was? Lass mich mal rechts machen Okay Oh, Mann, 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 Mann Schaffen wir das noch? Ich hoffe es Kommst du rüber? Ich bin drüben Ich bin drüben Ja, bitteschön Oh, ich dachte das wäre Wir müssen da vorbei Wir müssen da vorbei Wir müssen da vorbei Ich hab's geschafft gehabt Alter, das darf doch nicht wahr sein, Mann Ja, ich bin gestorben Ich nehm wieder die Seite Ja, komm Oh, Leute, 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 Leute Das zieht Ihr denkt jetzt bestimmt voll einfach Aber es ist wirklich nicht einfach Ja, ich bin drüben Ja, ich bin drüben was soll der scheiß man uns mit mir jetzt gerade ein bisschen auf das kann man nicht so schnell so sitzt du einfach rüberkommst ein bisschen schneller hier das warst du nicht so in einem felsen hätte rauskommt ja komm zack jetzt wird der kloser ein bisschen wütend ich nicht weiß nicht rüber kam man alter also ich finde man kommt da nur an einer stelle rüber kann ja nicht so schwer sein ich bin drüben ich bin drüben ich komme einfach nicht rüber ich komme nicht rüber was soll diese behinderte scheiße man boah sollen wir seiten tauschen nein ich weiß nicht ob ich das rausschneide nein komm schon zack zack ja bewegt dich hier der kommt nicht rum der geht nicht rüber ja du musst auch höher jetzt rüber oh nein geht auch nicht komm 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 ich bin drüber komm 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 Am liebsten würde ich jetzt sagen, wisst ihr was? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Nein. Seht zu, Kev. Wie soll man da vorbeikommen? Einer muss direkt rüber. Den anderen die ganze Zeit auf Distanz halten. Aber ihr seht es ja selbst. Sie versuchen rüber zu springen. An x-beliebige Stellen und diese schöne Scheiß funktioniert nicht. So, wer auf sich zu bewegen. Jetzt rüber, komm. Ja, ich bin drüben. Jetzt aber. Ja, ich bin drüben. Zack, nach oben. Jetzt ist es schlecht. Boah, rutsch doch nicht ab, Alter. Komm. Junge, Kevin. Hey, das hast du. Du bist bei den Nächsten. Das war ich. Wir müssen auch mal langsam. Hier, den Stein. Nein, nicht Stantena oder was? Hier, die... Ja, scheiß. Hör auf zu labern, komm. Okay. Alter, Versagen beim Klettern. Oh, ja. Ja, ihr Lieben, ne? Sonst rennen wir da einfach überall durch. Aber dieses Mal... Du machst den, ich mach den Nächsten und du machst dann den Zaun. Also den Ding, dann geh da rüber. Bist du drüben? Ja. Ich komm mal wieder nicht rüber. Nee, ich drehe gleich echt am Rad, ey. Sogar meine Frau muss lachen. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Ey, ich bin jetzt so am schwitzen, ne? Weil mich diese schöne Sache schön aufricht. Ich würde ja am liebsten rumschreien. Hoppe, dass da Tua haut. So, dass wir drauf rumhauen. Kann ich mir denn streng dich mal ein bisschen an? Ich streng dich an, Junge. Ich bin ja nicht von durch, wie rübergeguckt. Aber nein, dann stand doch... Ja, ich komm doch schon wieder nicht drüber, Mann. Das darf doch nicht wahr sein. Boah, ich bin drüben. Ich auch, nein. Ja, wie soll ich mich beeilen, Mann? Ja, ich hab ja keine Energie mehr. Stopp, stopp, stopp. Ja, hab ich, hab ich, hab ich. Ja, super. Gebt da durch, stopp, stopp, stopp. Ja, super. Ich bin gestorben. Okay, komm, mach mal. Diesmal müssen wir es doch schaffen. Und wenn doch nicht schwank, rüberkommen. Prost. Ich bin drüben. Hast du es? Ich hab's geschafft. Wir müssen da rüber und dann schnell weiter hoch. Noch da? Ja, ja, man hat mich nicht gehört. Gut, dass man meinen Ausraster nicht gehört hat. Ja, mein Mikrofon ist... Weil ich die ganze Zeit... Hey und ho und... Alter Schwede, Mann. Kevin, wir machen das schon. Meine Frau sagt im Hintergrund die ganze Zeit... Nun, gut, dass ihr es nicht hört. Weil ich find's schon ein bisschen peinlich. Also, dass ich hier wirklich so versage... Ey, das... Ich spring doch an der gleichen Stelle rüber, Mann. Ja, super. Jetzt springen wir nochmal nach links. Ich hab mich geschafft. Oh, Kevin, Mann. Ich hab's doch geschafft. Leute, ich schneide das extra nicht, Mann. Guck dich diese Scheiße an, Mann. Kevin, jetzt drück und lach nicht rum, Mann. Ich bin voll am Schwitzen, Neckler. Erstmal... Boah! Oh, ja. Kevin, jetzt konzentrier dich. Konzentration, Leute. Boah, jetzt rutscht der Idiot hier auch noch ab. So, jetzt rüber. Ja, spring noch. Ey, Mann. Kevin, hör auf, jetzt. Ja, ey. Boah. Ich versuch es. Leute. Oh, Scheiße. Oh, Mann. Okay, komm. Jetzt. Boah. Jaka, Jaka. Leute, zieht euch die Scheiße rein, Mann. Wir versagen beim Bergklettern. Ich drück jetzt. So, Kevin hoch. Der rutscht schon wieder ab, Mann. Ey, ich... Ich versuch die Lachen und schwitzen. Kevin, Mann. Jetzt seht's zu. Alter, das wird ne halbe Stunde Folge oder so, Mann. Okay, die... Bleibt doch in der Länge, Ne? Ja, ja. Klar, klar bleibt die in der Länge. Alter, Leute, 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 Leute. So. Ja, rutsch wieder ab hier. Mord, Kevin. Geht auch gut. Ich weiß. Boah, mir ist warm, Leute. Alter, erst mal Pullover auf, äh, Jacke aufmachen. Oh, Alter. Ja. Komm, glaub an mich, Schatz. Warst du echt weg? In den Stuhl? Hier, guckt dir die Scheiße an. Meine Frau guckt höchstpersönlich jetzt zu, Mann. Die sagt, zacka, zacka. Toll gewöhnen sein, oder? Jetzt komm rüber. Ja, ich bin drüben. Ich bin drüben. Ich aber nicht. Ich bin drüben. Los, Kevin, Kevin, komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Kevin, ich kann den da rechts nicht machen. Ich mach den doch schon öfter. Ja. Na, rüber. Na, Mann. Okay, komm. Alter, wie? Der muss in der Mitte, glaub ich, stehen, oder? Ja, dann fliegst du auch trotzdem dagegen, oder? Ja, keine Ahnung. Mach doch einfach irgendwas, Kevin. Nein, der muss in der Mitte halten und der Stein muss drauf fliegen. Dann rutscht die Scheiße mit runter. Okay, dann machen wir es so. Boah. So. Zack. Hoch, hoch, hoch. Rüber. Rüber. Alter, der rutscht doch. Mann. Kevin. Kevin. So. Oh, ja. Sollen wir Seiten tauschen? Nein, was wird zu Seiten tauschen? Vielleicht wird dir das ja Glück. Ich lass gleich meine Frau mal spielen. Bestimmt macht ihr den 1 durch. So, Kevin. Ich schaff das doch immer wieder. Guck, ich bin tot schon wieder geschafft. Ja, ich bin auch drüben. Kevin, der muss weiter nach... Nein, nein, nein. Der muss doch in der Mitte. Du Junge, du hörst doch gar nicht zu, ne? Ey, was geh ich dafür? Ja, achte nicht auf meinen Arsch, ist schon, okay? Kevin, der muss in der Mitte, wo der Stein runterkommt. Man, hab ich das nicht vorhin gesagt? Hab ich's gesagt? Ja, ich hab's gesagt, Mann. Kevin, ich find das nicht mehr witzig, ey. Ich auch nicht. Ja, hau rein. Meine Herren, Alter. Darf doch wohl nicht wahr sein hier. Mann, ey. Jetzt krieg ich ne Socke am Kopf geschmissen. Oh nein. Ja. So. Jetzt rüber, komm. Bewege deine Arsch. Na, der rutscht doch schon wieder ab. Ich bin drüben. Ich bin drüben. Nein, Kevin. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ey, kommt aber nicht rüber, Mann. Ich schaff es. Ja, super. Ey, du bist doch so blöd, Mann. Wir können wieder sterben, ey. Kevin, geh runter, geh runter. Ah, du bist doch so ein dummer Junge, ey. Ach, ja. So dumm bist du, ey. Brot, kein Schimmel, Alter. Was kannst du? Jetzt hau rein. Streng dich mal an hier, ja. Ja, streng dich mal an. Weißt du, ich hab dir voll den geilen Weg gesagt, Mann. Also, Kevin, jetzt hör mir genau zu. Komm, du machst jetzt da. Zack. Und jetzt rüber, los. Du rutscht wieder ab. Boah. Ich bin drüben. So, jetzt. Warte, warte, warte. Ich halte du einfach auf den Linken. Warte, 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 warte. So. Du bist lustig, echt. Ah, Kevin, bist du blöd, ey. Wer hat denn jetzt hier fünfmal hintereinander? Der muss, glaube ich, in der Mitte dort stehen bleiben, Mann. Boah, Leute, Leute, Leute. Der Kevin, der macht's. Ja, Kevin halt. Ja, ey, fass ich. Komm, ich mach jetzt den hier. Ja. Der kommt dann drüber. Ja, hier springt er nicht mal rüber. So, bin drüben. So. Aufpassen. Ja, ist in der Mitte. Ja, Kevin, super. So, warte, nein, nein, nein. Hoch. Ah, fuck, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich hab's, Kevin. Wir müssen zusehen, dass der Stein runterfliegt. Auf der linken Seite. Wenn der Stein unten ist, müssen wir uns wieder runterschwingen. Rüberspringen und warten, bis diese Gondel links ist und dann können wir hoch. Ja, ich weiß, du hast nichts verstanden. Oh, doch. Bin drüben. Pass auf den Stein auf. Ja. Jetzt rüber? Nein. Wir müssen erst den einen Stein entkommen. Komm hoch. Hoch, hoch. Ja. Bist du? Ja. Ist der Stein weg? Ja, runter. Okay. Stopp. Der muss jetzt wieder rüber. Komm weiter runter und wird's vielleicht getroffen. Okay, der muss weiter runter. Ich glaube, wir müssen das so machen. So? Ja, genau. Und jetzt kommst du hoch? Hast du noch Power? Ich bin drüben. Und jetzt... Geht noch nicht. Ja, ich kann das nicht, Kevin. Ich bin abgerutscht. Ja, ja, dann bleib auf der Warte, du bist ja fertig, erst mal. Ja, komm. Ja, ich bin oben. Ja, und gespeichert. Wo bist du? Oh, ich rutsche immer ab, Mann. Ist egal, ist egal, ist egal, Mann. Oh. So gehört sich das und wir sind hier oben und das war eine Special-Folge von uns. Ich hoffe, euch jetzt gefallen. Kleine Ausraster, kleine, mehrere Ausraster. Viel Spaß bei den weiteren Folgen. Wir werden uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.